Moin Moin meine HSV Freunde. Jetzt habe ich zwei Tage über geschlafen über diesen herrlichen Sieg. Jetzt will ich mal die Benutung der Spieler machen. Nach dem Spiel bin ich immer so emotional. Jetzt bin ich wieder runter gekommen und jetzt beurteile ich das natürlich so wie ich das sehe. Ihr könnt euch ja äußern, wenn euch das nicht gefällt, aber nicht unter der Gürtellinie. Alles so normal bleiben, wie es immer ist. Ich freue mich über euer Feedback. Ihr könnt immer, ich werde das auch alles lesen und werde euch dann auch anschreiben. So, also über den Sieg brauche ich diskutieren. Das hat der Trainer von Düsseldorf, unser Daniel June, den kenne ich ja auch einigermaßen, zugegeben. HSV war besser. So, das dazu. So, dann wollen wir mal anfangen. Bei Ferro, bei Ferro, bei Heuer Verlandes. Der hatte ja nichts zu tun. Das haben wir alles gut wegverteidigt. Ich würde sagen eine 3. So, dann haben wir die ganze Viererkette. Da habe ich mich natürlich gefreut, dass Tim Leibold gespielt hat. Also der Trainer sagt natürlich, aus disziplinarischen Gründen, es hat Miro nicht gespielt. Aber ich glaube, ich glaube, das passt ihnen auch ganz gut, dass er Tim mal so für 60, 65 Minuten sieht. Tim, wir haben ein gutes Spiel gemacht, eine 3. Und dann haben wir unser Schungler auch, wie immer. Capitano geht vorne weg, Kopfballstärk. Also 3 plus. Das muss ich schon sagen. Und dann haben wir Vucevic, dem muss ich eine 2 geben. Und dann haben wir einen herrlichen Pass auf Jata, das lange Ding da. Das waren ja mindestens 35, 40 Meter. Und dann geht Bakary ab wie ein Zepfchen. Das ist so, wie sie ist. Aber wie gesagt, der Vucevic eine 2 minus. Dann haben wir unser Heuer. Der konnte natürlich vieles unternehmen. Unser Moritz hat ja auch schön nach vorne gespielt. Hinten hat er ja immer noch, Bakary geht ja mit zurück. Also kommt er nachher. Also Moritz auch eine 3. So, dann wollen wir uns mittelfeld gehen. Dann haben wir den Reiß. Bis auf die gelben Kerl, wie ein Dieselmotor. Der läuft und läuft und läuft und macht vieles richtig. Nicht alles, aber vieles. Eine 3 plus. Mehrfach muss ich sagen, der wird nie so erwähnen, Jonas. Aber Jonas läuft alles zu hinten. Kämpft für die Mannschaft. Gibt immer alles. Darum kriegt er von mir heute eine 2. Das sieht man nicht so. Aber er kämpft und läuft für die anderen mit. Kommtballstark. Gute Pässe gespielt. Also eine 2. Ja, hab ich bin es. Von dem halte ich ja sehr viel. Hat man gesehen. Wunderschön. Ich denke, wenn sein Knaller noch wird, der gegen eine Latte geht reingeht, der würde das von mir eine 2 geben. So gibt das eine 3 plus. Aber wie gesagt, da gibt er noch Luft nach oben. Ich hatte so das Gefühl, dass die Batterie so ein bisschen leerer wurde. Da ist ja auch Sonny näher gekommen. Aber eine 3 plus. Dann haben wir, das war das Mittelfeld. Dann haben wir Dombé. Hat ein gutes Spiel gemacht. Hat da auch die schöne Flanken geschlagen. Der ist auch noch nicht auf dem Höhepunkt. Der kann auch noch mehr eine 3. Also bei mir, wenn man 2 nur gegen Düsseldorf gewinnt. Und so ein Grandi oben das Spiel macht. Gibt das keine 4. Das gibt es bei Peter Lennig. Da gönnen mal 11 Leute zu, die diesen Sieg errungen haben. So, das ist da zu. Dann haben wir natürlich unseren Glatzöl. Hat das schöne Tor gemacht. Und dann immer 1-4 vor vorne. Hat Doppelpässe gespielt. Bände festgemacht. Und das Tor hat 3 plus. Ja, dann haben wir natürlich unseren, unseren, äh, Baggerier da. Da kann man nur eins sagen. Besser geht es ja kaum auf außen. Besser geht es nicht. Nach vorne hin, das Tor vorgelegt. Hat er herrlich gemacht. Weil der Verteidiger hat ja auch ganz viel gesagt. Wenn der erlaufen ist, dann kriegst du den nicht mehr zu fressen. Schon vom körperlichen und von der Schnelligkeit nicht. So. Und der da hinten hat er gearbeitet. Hat den Höhepunkt 3 ja unheimlich unterstößt. Also ich muss schon sagen. 2 plus. Es ist kurz vor der 1. Ich will nicht so viel mit dem Honigquess machen. 2 plus. Baggerier. Das war das, äh, äh, das war so ein Spiel, was ich von dir seit Wochen nicht mehr gesehen hatte. Konnte ich auch nicht sehen, weil du verletzt warst und jetzt bist du wieder voll fit. Ja gut, das war alles. Ich muss schon sagen, rundherum, ich bin immer noch so ein bisschen geflasht. Es war für mich ein herrlicher Abend und ein herrliches Wochenende, weil natürlich die anderen alle für uns gekippt haben. Das wollte man nicht vergessen. Ne, Corona führt Gewinne gegen Paderborn. Ne, und die anderen spielen alle für uns. Es geht nicht besser, aber wir müssen jetzt die Pause nutzen. Wir spielen ja auch Donnerstag gegen den dänischen, ich glaube sogar gegen den dänischen, äh, der allererste Stellestät. Weiß ich nicht genau, aber am ersten Igist ist das auch sicher aus Dänemark. Wird hochinteressant. Und ich möchte mal, das hat der Junge auch verdient, der Torwart aus Kaiserslautern. Der hat das mal verdient, ein Tor zu stehen. Also, von dem halte ich auch viel, aber der hat ja jetzt keine Chance. Das muss auch mal gesagt werden. Der spielt ja auch. Da bin ich viel davon überzeugt. So, und dann nutzt die Pause jetzt, diese Länderspielpause, wo ich nicht so scharf drauf bin und Länderspiele interessiert mich nicht mehr so sehr. Aber wie gesagt, macht eure Verletzung, könnt ihr schön auskurieren und dann geht das weiter in Hannover. Da freue ich mich jetzt schon drauf, was jetzt in 14 Tagen ist. So, Jungs, da fahren und Mädchen. Das war meine, meine Bewertung der Spieler. Ob ihr damit konform geht, weiß ich nicht. Und wenn nicht oder wenn das überhaupt nicht passt, schreibt mir und dann ist das okay. Alles klar. Und da hinten haben wir nochmal Uwe mit Peter und der Lothar auch. Alles Gute nur der HSV. Und dann wünsche ich euch auch noch einen schönen Montag. Schönen Montag und eine schöne Woche. Und dann wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Ich hoffe, es geht so weiter. Wir gucken von oben runter. Beißt euch da oben fest. Beißt euch fest. Ja, die beiden Spiele Hansel Rostock und der Anfang 1998 sind jetzt vergessen. Wir sind auf diesem Weg, müssen wir jetzt weitergehen. Alles klar. Nur der HSV hält wieder wünsche an allen Menschen aus dieser Welt. Und ich hoffe mal eine friedliche Woche und Gesundheit. Alles klar. Tschüss. Aus Hamburgsommer. Tschüss. Tschüss. Musik